Ja Da müsste Alpha 2.1 Sunshine Hollywood sein, klick da mal drauf und dann auf Join Ich muss Alpha 2.1 Sunshine Hollywood einmal draufklicken Ja Und dann auf Join klicken Danke Da fährt nirgendwo mehr hin Richtig Weil so sehen wir dich jetzt auch mit den Hexern rum rum Ja Das war ein Zivilist Oh schlimm Ja, gib bloß ne Strafe für dich Was heißt? Punkteabzug Habt ihr aber nicht Habt ihr nicht mehr Punkte? Ja, jetzt definitiv nicht mehr Ja Der dürfte eigentlich nicht perfil sein Dann bist du bei Minus Einsätze Nee, durfte nicht mehr viel Die haben sich ganz schön irgendwo verschanzt wieder Mhm Habt ihr die Kirsche schon abgecheckt? Ja, hab dazu Auch den Weg dahinter? Nein Wir haben bloß den Fronteingang Achtung Ich mag das ja wenn Dinge explodieren Ich mag wenn Dinge explodieren, hab ich das schon erwähnt? Mhm Ich mag wenn Dinge explodieren So, verteilen wir uns jetzt wieder, oder? Denken wir laufen immer noch zusammen, oder? Hm Äh, weißt du, Looten brauchst du nicht Ich suche um ein anderes, ähm Ein anderes Visier, ich hab ein anderes Visier aufgenommen Nein War eine andere Waffe War eine andere Waffe War eine andere Waffe, ja War eine andere Waffe, ja Okay, jetzt hab ich die wieder Schauen wir mal kurz auf die Karte Hier Wer ist da vorne? Ingenieur Da muss einer drin sein Weeg Der ist jetzt hier vorne Was? Hinter dir Genau Tot Hast du ihn? Jawohl Sehr schön Hau 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 Das ist bei der Kriegsgeschreit, auf er auch nicht fehlen Aufmogitionieren Ja Hau die Hauuuuut Hauhauuut Ah Hau Da läuft Er läuft Ne Ne Hier geht's rein, drum H ma Äh, die Stelle zu säubern Step by step Wir gehen jetzt erst jetzt zum Radio Tower und dann machen wir Tuwanka Airbase. Ich stehe jetzt einmal an der Huron. Sehr gut. Wir kommen gerade hin bei Fort Harbour, da kommen Truppen hin. Ja. Wir haben das Nachtsichtgerät. Positiv, dann machen wir das Nachtsichtgerät erst mal. Was hast du mit Nachtsichtgerät? Wir haben ja kurz ein anderes. Hol dir am besten den Spezialhelm. Ja, dieses. Mach du mal eh mal den Pilotenhelm? Nee, Spezialhelm hast du ja auch, genau. Achso. Der hat Nachtsicht und Kalt-Warmsicht. Ja, ich hab ihn. Achso, West? Ja. Den Helm, den ich aufhabe, den hätte ich halt ganz gerne. Hä? Weil der sieht halt hübsch aus, den Helm, den ich aufhabe. Den Helm, den du hast? Ja, okay. Ich seh ihn, wegen deinen Dings. Den und deinen, ähm... Gilly. Genau, Gilly. Ah, den, ja. Boah, ich weiß nicht, das ist ja alles rot auf der Karte. Das ist der, wo du alles grün siehst komplett, ne? Ja, aber, Jumbo. Ja. So, das nehmen wir jetzt nach und nach ein. Okay. Will ich hier gegen kommen, oder? Ja, wir sind vielleicht da. Okay. Nicht erschrecken, die ersten kommen jetzt an. Was soll denn? Wovon? Hätte ich jetzt so weit daneben gelaufen? Ne. 200, 200 Meter hab ich noch. Ah, da ist es auf der Seite der gelbe Punkt. Das wird von? Irgendwas wird mir hier auf der Karte gelb markiert. Jaja, das ist... Ja, unser... Osschloch. Hehehehe. Der hier... Laserfinder. Schauen wir mal einen Laserfinder einfach mal an. Ja, genau. Unter welcher Tasse? L. L. Ah, von da unten kommt ihr. Hallo. Wir freuen uns. Ah, ich hab grad Antwort von Admin bekommen, warum das Problem ist mit den Fahrzeugen. Oh, und? War, äh, ich sollte mal auf alle 6 Stunden die Service start setzen. 6 Stunden kann zu lange sein beim Abspeichern, dass er Sachen verliert. Ah. Das macht Sinn, ja. Ja. Da soll man neu aufmunitionieren. Ähm, sind jetzt schon alle in den Squads drinne? Ne. Ich... Sergei. Ich hab Gacke. Gartold. Und wer ist drinne? Äh, einmal... Runterscrollen auf Extended Options. Ja, wenig. Du meinst die Karger Lager? Ganz schön Hollywood joinen wahrscheinlich, ne? 5. Join. Ready. Ich bin nicht wunderschön in meinen Lifen, haben wir wie gesagt. Helft nicht? Ja, und einsteigen. Im mobilen Respawn, ja? Da treffen wir uns wieder. Check. Ah, Tannua hat schon was für mich, ohne Mist. Durch die alten Strukturen und die alten Bungas ist schon ein bisschen wie, äh, ja, Dauererektion. Alles klar. Das ist einfach nur ein Game-Orgasmus, sagst du? Naja. Das ist ein bisschen wie, äh, geil. Konkret krass cremig. Okay. So, also runter zum Helferd. Okay. Arsenal. 9x3. Ausrüstung laden. Wir haben jetzt irgendwie neun Granaten, 16 Agatino mitgenommen, keine Ahnung. Mhm. Ein bisschen auf jeden Fall. So viel wie ich mir normalerweise nicht mitnehmen würde. Aber da wir hier ein bisschen mehr schließen, glaub ich. Mhm. Findest du den Weg? Nein. Ich laufe um die scheiß Steine rum. Alles klar. Ah, ah, genau dahinter. Mhm. Hallo. 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 Ich zeig grad einen. Super. Dann gucken wir mal, was beim Haber los ist. Mhm. Die haben wir schon mal gut Punkte, 333. Stimmt. Muss da irgendwas achten, wenn ich auf die Person schieße, die ich sehe, oder? Ja, Kopf. Aber ist sicher. So wie es aussieht. Kann ich hier nicht. Der rote Kreis ist weg. Ja, bin ich drin, sitze nicht nicht aufrüsten? Nee, muss man ausmachen. Ich meinte, ob ich auf mich oder reden schießen darf, außer auf euch. Äh, ja, am besten nur die mit der Waffe, weil bei Zivilisten gibt's Christen. Punktabzug nur B. Nur nicht, oder? Nee, wir alle. Okay. Vokassal hat mich direkt da oben. Naja, ich hab mir gerade so was so. Ja, jetzt höchst ich so die beste Idee? Hey. Das hat's kurz geleckt, jetzt sind ja auch gespawnt. Ja. Das will ja auch wechseln haben. Oh, das sieht gut aus. Schöner Landerplatz. So, ich stehe weiter vor. Ich stehe die Tränen. Ja. Oh, da ist. Oh, runter damit. Da sind wir schon beschossen. Ich halt. Und weg von dem Huron. Habt ihr an der Bank, Oma, was? Alles klar. Mach ich mit. Gibt's da? Ähm, hab bitte aus der Huren raus. West. Bitte was? Hab bitte aus der Huren raus. Aber wir schließen ganz gerne auf die Huren. Ja. So. Ja, ich bin gerade auf dem Desktop gewesen. So, die ist nur am Schreiben. Der, der ist, ähm, ja, die haben so nen Zahn gezogen heute. Oha. Krieg weiter vor. Mehr Munition. Haus ist schon mal weg. Zuloi. Oh Gott, ein anderes Visier auf der Waffe. Ich hab nämlich nur nen MRCO. Gut. Das ist nicht so ein guter Raketenwerfer. Äh. Seht noch gar keine Signaturen von den Wichstern. Ne. Titan Compact zum Beispiel. Okay. Ganz rechts mal einer. Wasser. Titan MRC. Ah, check. Gesehen, danke. Hm, bitte. Treffer. Rück weiter vor. Ich muss zurück. Die schießen auf mich. Okay. Alla Mut ihr Wichster. Wo die sind doch da. Boom. So, jetzt weiß ich hab echt getroffen. Nein, scheinbar nicht. Die schieß jetzt zurück. Hehehehe. Habt ihr schon die Leute gesehen? Mhm. Da sind wir noch da? BANG! 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 GRUN! BANG! 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 Boah, ist der hier am Rumeiern, alter. BANG! Du bist wie's beliege! Oh! BANG! BANG! Ich bin jetzt oberhalb Treffer. Alle zwei tot. Wer auch immer da ist. gerade geschossen hatte die taten das war nütz da die sind rei tot hat er nicht gesagt wer ist dort ich bin ich so recht hast du soweit clear links hast du soweit clear du kannst vorrücken aber an der base direkt kann ich dir nicht helfen das seh ich nämlich nichts aber ich probiere mal was aus achtung im schlimmsten fall jetzt richtig schief ja ich hab sie gehört warum sehe ich euch nicht wo ihr seid auf der karte siehst du blaue punkte aber auf die entfernung siehst du keine hexagons nur auf ner gewissen entfernung ja du hast genau den sendemast getroffen ich bin drin im radius ich gebe noch einmal schwerfeuer das war die letzte die ich hatte zirka ist rein ich habe noch keinen weiteren kontakt und das ist ein großer felsen davon man schießt hier auf 800 meter oder 800 meter ja das ist ein großer felsen alle alle nix bis jetzt wahrscheinlich in dem kleinen häuschen am ende und der körper wird noch einen leser geschehen oder sowas auf jeden fall sich ein leser ja das ist meins also ob er sich finden ich kann doch gerne kurz ausmachen das ist ja das ist ja das bist du nicht du auf dem hügel kommt nur einer hoch was für euch das bist du okay der da das blinken ist mein Sätze das bist du ja ja ok das andere ist Kabay ansonsten einfach mal ne so ping hier steh ich jetzt wie ping ich so Schiff T ok so das kleine häuschen das ist zugeschlossen so wie ich das sehe ja da ist schon mal keiner drin der Platz selber ist frei kann die Wasser gar nicht wegpacken ne mhm die leben ganz getreu dem Motto seid bereit immer bereit die jungen Pioniere vielleicht im hinteren Abteil gar nicht mit links davon und jetzt hinterm Zaun ich komme mit dem Handy rüber wir auch mit dass sie wieder so gut verschont der eine Szene check ist das bei mir das Kabay ok wir machen einen kurzen Überflug ja das würde schon helfen zum spotten ja kommt da vorne blauer Punkt kommt da hoch Trupp Türo westen Süders das bin ich gut der Junge bei den hinteren Stein ja 3 return to formation so krebe Schuss ok Panzer runter 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 im Rapp haben wir auch noch am Start ja läuft natürlich habe gerade die base sind aktiviert ja von unten schießen sie von unten vier stück oder aus dem airport wahrscheinlich oder nene, drauf wo ich parkiert habe parkierung sitzt, durchschießen sie habe ich gesehen, die schießen hoch ich sehe sie nicht ah, ich sehe sie kommen Panzer steht da ja nee, ist gerade hochgegangen wow einer erwischt sehe ich was mit da irgendwo da einen habe ich erwischt auf jeden fall ich habe keinen kontakt negativ, grenze ich kontakt hier ist einer das wäre ich ah ja, ich sehe es ok, warte renate raus das sind zwei stück da ich wurde verwundet definitiv der hat sie ergeben der andere aber nicht hat einer medikit ja wir haben medics dabei, alles cool mal wieder arbeiten mit ja 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 leider dann sagst du das ja so, passt danke gerne oh, was haben wir hier, ein hybrid gmg ja, habe ich auch noch gespottet ich habe noch keine keine raketen mehr und weg genau kommst du rüber mit dem heli? wir sind unten, ich würde jetzt ungern hochkommen wollen wegen dem Panzer ok 4 fall back 3 return to formation da ist heli komm hin 2 rally up wo gehen wir jetzt hin? wo gehen wir jetzt hin? äh, wir bringen kurz den Typen zur base chimera und dann holen wir uns die Airbase dann check und auf die Airbase guckst äh, ne, da gibt es was gar nichts hier ne? äh, siehst du ja nicht das spezielle Fahrzeug, was du freischaltest dann haben wir einen Commander dabei? Ne, ne? weil der Commander kann ja eigentlich nur eine FOB setzen, wirst du? aber weißt du was, ich munitioniere mich nur auf und bleib hier gleich und dann natürlich auch tun aber ich denke mal, du wirst eh wieder hier in der Nähe landen radio tower, ja radio tower oder, äh, da ja ja können wir jetzt hier auch warten oder was? wir können hier auch warten, ja ja, ich bin bloß 14 Typen rüber ich hab mich bloß mal auch positioniert ich würde mal eine gute Position einnehmen ja, richtig, dann folgen wir dir und sammeln uns bei dir dann ja, richtig, dann folgen wir dir und sammeln uns bei dir dann ja, ich hab von hier oben reichen erstmal ne? ja, ich hab von hier oben reichen erstmal ne? ja, ist ok, ich hab alles verstanden und der erste verreckt wo? na, hast du doch auch gehört er hustete nach luft muss man hier auch eigentlich essen und trinken? ne ne? bist du im Krieg, Soldat 3rd Formation 4 fallback 5 form on me 3 rally up rifleman 700m southwest rifleman 700m southwest ist ok hollywood ja, ja ich bin mal kurz in der F.O.B. Weste also in der Base und und er hat's mitgekriegt dass wir Leute stehen so, jetzt müsste ich ihn eigentlich kriegen ja, ist ok heute nicht, morgen wieder ja, ist cool ja, ist cool ja, ist cool 6 move one click north east 4 form on me 3 form on me 2 rally up 5 return to formation 1,2,3,4 sehe ich hier fallback einmal im Gebäude direkt am Fenster hier vorne wollen wir einen Raketenwerfer drauf schießen? ja, aber es würde nicht viel bringen, die Gebäude explodieren nicht so, wie auf der alten Map hier hinten habe ich noch 3 mhm also Stahlbetonholzbauten hier unten sind auch noch 2 eieiei 2 1 2 1 2 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 14 15 10 14 15 15 15 War das relativ gut Also ja, es war aber eventuell Syrus Wo ist ne Heligard gelandet? Äh, ja Machst du das falsche Nachtsicht-Visier, was war denn das? Syrus ist für beide ganz gut, oder? Kann man auch für nen Narkov einsetzen, oder? Nein Dann hast du das falsche Visier aber dann drauf, oder? Doch, rede So, ich geh noch ein Stück weiter vor jetzt, oder? Ja, ich brauch das Airfield auch mit und dann bin ich aber auch weg für heute Ok Warum? Gern mal Essen machen und so, ne? Hm Stimmt, ich hab' ich auch noch mal meinen geilen Körper in der Wanne flitzen Tot Da war ein Truppentransporter, der mich sofort gespottet hat und erschossen hat Wo denn? Wo denn? Da unten, ja Schau den Bassort weg Der keimisch, oder was? Und Scopey ist erstmal Nightstalker nehmen, oder was? Hier hat einer markiert, wo? Also, ich bin ein Stück weiter von meiner letzten Position zum Vorsprung, und da an der Ich hab' ihn getroffen Ich hab' ihn getroffen, aber ich bin mal gespannt, ob der da hoch geht, ansonsten hab' ich den nächsten Lock schon Da sind mehrere Gehefe Ausweg Rockets und Aus Einmal war für uns Aber den hat's zerlegt Wird langsam hin Und die schwarzen Ich hab' Ball Kaliyah mit, Kaliyah mit, ne? Ja Ja Was hast du? Oh, achte dich doch mal Ah, ich hab' zu hoch gezieht, bro Ja, gut Klar, wo stellt dich hoch an, na? Wir sind ja immer alle down, ja, ne? Alle down Ehh Hollywood? Mhm Direkt da vorne müsste einer sein Ja ich sehe gerade einen Muss ich gerade mal kurz prüfen Und hier in dem Haus sind 4 Leute Rundrum Naja aber ich will erstmal hier unten prüfen Was? Da kommt einer direkt Genau Den habe ich tot Der ist tot Wie gesagt ich muss das bei unten checken So jetzt habe ich das wieder hoch gewaschelt Woher merke ich dass ich einen getötet habe? Ähh hoffen und beten Ja gerade ist nämlich einer im Haus umgegeben in deinem linken Warte ich markier es Da war nämlich einer drin Ja Positiv Jetzt glaube ich aufgeschaltet Check 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 Alles klar Ich brauche bloß eine andere Position Ja das ist aktuell Oh warte mal Da drüben rennt einer So? Ja Ja Jetzt bin ich jetzt zu hoch Ja ich habe ihn gesehen Der hinter dem bisschen Da ist er Da Ja Ja Der rennt immer noch Ja Da ist er weg Bauen Ja Hier hinten laufen zwei Drei Vier Bauen wir auf Da ist nur einer drauf Nicht mehr Und laden noch Vielleicht die Gebäude sind soweit frei Einige Beute sind aus meiner Sicht soweit frei, vorrücken, ich lade dem nach Ich hab kein Visual mehr Da unten war der schon Positiv Warte kurz auf euch Hier auf dem Server rennst du nur rum und killst Leute, mehr machst du doch gar nicht, oder? Richtig Und dann kannst du dann mit den Pumpen die du gewonnen hast, kannst du dann halt deine Base errichten Bereit So groß gar nicht, oder wie? Doch, du fährst halt in der FAB Dafür ist halt dieses Munitionszeichen da, mit Munition und Sprit kannst du dir Fahrzeuge bauen Einheiten zum Parteitieren Wie geil das aussieht wenn man Cage zuguckt Warum? Naja, du hast primär für die MK20 6,5mm Munition 6, sekundär hast du eine Titan MPRL Compact Munition 2 Was macht Berthold? Berthold wackelt auch Ah Wes ist von mir ok Ja Ah Wes mit der MX SW unterwegs Check Von links Kein Visual Wo bist du? Wo bist du? Ja, irgendwo am Hang Ach du Scheiße, die sind hier hinten Hinter uns oder was? Ja, hinter uns Das müssen wir noch ein bisschen üben, dass wir zusammen bleiben Weil es ist mir ganz oft aufgefallen, dass wir uns sehr weit verteilen Leider Ja das Problem ist, du kannst halt nicht weit sehen, wo die Leute sind, ne? Ja eben, darum muss es ja zusammen bleiben Ja Wann Meter sind das? C sind ich 400, circa Ich fang jetzt an, ok Hier bin ich hier Ja, Feuer frei Ja, da bin ich auch an diesem Punkt Boot Erster Laserpointer sind immer von uns, ne? Ne, ich hab keinen Laserpointer Der da hinter mir ist, äh Ja, das ist West Das ist ihr, oder? Achso Das bin ich hier Ja Also einer ist da hinten tot, ich weiß, ob da noch mehr sind Einer ist noch Ist das noch, einer von uns? Das bin ich Ja Ok Jaja, ich hab hier, wir haben uns nicht drin Ab ihn, direkt vor Down Ja Down, down Da noch einer ACHTU Ja Irgendwo der Ambush drinne, ja? Keine Ahnung ACHTU Ich werde dann nachher wieder Tatsch Und da noch von uns Geil, ne? Ja Ja Statt nach, ich geh kurz zur Dingens Ja gut, wir warten denn hier auf euch Wie weit bist du entfernt von der Huron, Micha? Das ist ne gute Frage Wie sind es hier? Ja, das kommen wir nicht voran, ey 112 Meter Kann der jetzt machen? Ja gut Jetzt warte mal kurz auf die anderen Ich bin, roten Punkt gekommen Zu denen hier 80 Ok Soll ich mir das Helles behalten, oder? Ja, behalte jetzt Aber schalt schon mal auf Nahkampf um Mach ich jetzt auch 3 Form on me 2 Visiere an dem Mach der Waffe hier Jeder normale Mensch kann Back runter rennen, ne? Außer die Soldaten bei Arma, ey Hehehe Ja ne, das geht nicht, ne? Die müssen natürlich im Zick-Tack-Kurs laufen Hoppa kommt Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe Vielleicht willst du bloß noch stolpern und runterrollen Hm Na ja Das geile ist dann aber, wirst du Beim runterrollen sag ich dir Ziemi rollen De-hey-ten Laser dich zurück Ich möchte nur noch erwähnen Auch durch Querschläger kann man sterben Klingt vielleicht komisch, ist aber so Ich seh schon, guck mal stirbt irgendeiner von uns Wes hat Spaß Ja So ein bisschen Leuchten wir nicht dabei Ja Leider nicht Leider nicht Doch Hast du Hast du Den haben wir hier Jawohl, okay Jetzt müssen wir reingehendlos erobern, oder was? Ja genau Jetzt müssen wir den Rest noch, äh, ausputzen Wir legen jetzt jetzt, also die Schafschüsse legen sich jetzt hier wieder auf den Berg, oder was? Oder wie? Wir gehen jetzt gesammelt rein Okay Sind alle da? Drei seh ich jetzt Ja Komm noch Und die Taschenlampe ist das eine von uns, ja, ne? Ja, ja Das sieht aus Kabal? Ja, mal drauf zielen Das sieht aber auch verdammt geil aus, so aus der Entfernung, wenn du einfach nur diese Laserpointer siehst Apropos, äh, Drehbuch hab ich ja fertig, ne? Wann machen wir das? Ja, wir sollen mal schauen jetzt, ne? Lass mal rüber zur Taschenlampe da, dann sind wir ja zuviel, ne? Ja Jetzt hab ich schon den Spitznamen, geh mal rüber zur Taschenlampe da Da müssen wir sogar zu fünft sein Ja, und haste Leuchte hier Ja Große Leuchte von dir Ja Alle da? Ja Alle da Gut Da mach ich mal meine Funzel wieder aus Dann mach ich mal meine Funzel wieder aus Der Funzelmann Das Haus ist safe Völlig unbemerkt, ne? Noch ist es relativ dunkel Ich sehe nix Mauers davor Ich bin erst ein bisschen bis zur Mauer rennen Wenn ihr stehen bleibt, müsst ihr das sagen, ne? Das ist auch mal wieder so gesplittet Alles cool, alles cool Kann man sich hier eigentlich eine Drohne holen und dann mit der Sonne so gesehen spotten Wo? Hat einer was gesehen? Ja, aber die musste erst freischalten, rechts, rechts anpacken Hier, rechts von uns Haftstützer Ich bin jetzt da, wo die Schlafschützen waren Ich bin jetzt blöd, wenn ich 121 Schuss wegpacke Ja 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 gut Es hat nicht jeder 140.000 Schuss Ich hab auch bloß 200 pro Marker ziehen Überhaupt ein Schuss? Ich sehe höhere Schüsse Unserer Ich sehe nix Im Horst oder sowas drin, im Haus Da unten drin ist er Ja Da hab ich irgendwo Schüsse gesehen Ja, da hab ich auch Ja, aber Down Ist okay Okay Motherfucker Rechts an der Wand lang Ich bin ein bisschen weiter oben auf dem Berg Treffen uns alle an der Wand oder was? Alle an der Wand, ja Alle an der Wand, ja Oh, Schüsse Oben auf dem Dach Schade weggeholt Oh, okay Ich wollte grad sagen Sonne ist okay Von rechts wird geschossen Da wo die, da wo die Lagerhallen sind Tot? Oh, ich bin tot Du bist tot? Ja Wo liegst du? Oben auf dem Berg Oha, oha Oh, jetzt wird's eng Es kommen ganz viele Ich höre aber einige Gut, wo oben am Berg liegst du? Ähm Wenn man von der Wand aus 100 Meter weiter oben geht Nach oben geht Dort Dann kann man perfekt gehen Kann man perfekt auf die Lagerhallen gucken Auf diese Ja, ich sehe sein Lasertal Alter Achtung, Achtung Gegner dort Oh, gut, aber ich bin von links abgeschossen Gegner down Dort Ja, sah so aus Dabei, ich bin bei dir Gucke, Fenster ist sauber Dein Gegner lebt der noch? Fest Zwei im Haus hab ich weg Die auf den Berg geschossen haben Aaaaaaah Ich hab die Granate falsch geworfen Üben wir nochmal, ne? Medic Kein Problem Da hinten ist einer Oder ist das von uns? Nein, unser Das bin ich Ja Ja Wir haben geschossen Irgendwelch von Irgendwelch von Irgendwo von Wer in dem Haus In dem Fenster war er Kann ich sehen Ich bin tot In welchem Haus In welchem Fenster Der der Wand Direkt das Haus Ja, der liegt noch Ok, ich guck da rein Aber ich seh nichts Geh dich erstmal weg Die gehen mir auf den Sack hier Wenn nicht so vor mir rum Das wäre übel What the fuck Alter Alles gut Sunny, oder? Ja, ich komme Achso Ich bin dabei Hm Komm rüber, komm rüber, komm rüber Sicher dich Da oben schwebt ein Toter So frech halt Stimmen, ich erstimmen What the fuck What the fuck Da im Haus noch irgendwo So, wir haben geschossen Vom gegen die anderen Seite Im Haus Ja, der will aber nicht Da Ich muss nachladen Ich bin Ich bin tot Hast du'n, oder hab' ich'n? Ich bin tot Ja, wir sind da Also, anderes Haus Kann ich dich wieder überleben? Ich kann dich noch wieder überleben Nein Bist du Sunny? Nein Ich bin doch mal so'n RS-Hilfe-Kid bei So, einmal Cover bitte Da rein, da sauber Achtung, leg mal die Nächste raus Der wird schießt auf mich Der wird schießt auf mich Toll Ja Down Sauber Alter Hm Haust gegenüber noch einer Ich höre sich noch wieder Ich höre sich noch wieder Hollywood ist wieder Ja, da Ich seh'n Ich hab'n in Sicht Ich hab'n in Sicht Ich seh'n auch Ah, das ist genau hinter meinen Pfeiler Der Sack Soh'n da unten Hier in dem Haus sind noch zwei Down Achtung, Granaten Ja 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 Hinter die Ruine, oder was? Ja, in der Ruine drinnen auch Vielleicht mal so Ruine laufen, das meine ich Ja, okay Ich geh'n hier ein Stück in der Ruine hoch Damit ich ein bisschen bessere Sicht habe Er ist da Ah, leil, da liegt noch einer Ist der tot, oder was? Nein, der liegt da noch auf dem Boden Wo? In der Ruine? Ja Abel Abel Super, ich geh rein Oh, da mach du ja Alter, Schwede hab' ich wieder schocken Ja Achtung Ah Wo? Mine? Kopf, ein, 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 ziehen Alle hübsch weg von dem Haus da hinten Ja, ich, äh Achso, da warte ich noch Wollen wir hier stehen bleiben oder? Na, würde ich euch nicht raten Ja Ich warte auch auf euch Ständig bei Hast ja Was ist denn mit diesen Erste-Hilfe-Dingern? Können wir die verwenden? Ja, für sich selber Kannst du machen jetzt glaub ich, oder? So Regenung Der Bürgermeister hat mir gesagt, das Haus muss weg So, ist das Haus clear? Halt mal, ich hab' ja die Fenster gegenüber am Auge Ich hab' einen Kontakt Wo? 100 Meter vorwärts, scheint in dem Haus hier irgendwo drin zu sein So So Da haben wir noch ein Gitar-Ziezen Ich seh' nichts Ich seh' nichts Es ist die Wusch Na Mach mit Wuuuuh Alter, drei direkte Hits und das Ding steht noch Ich seh' nichts am Fernseher Ich bin gehittet 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 Weis down Weis down Weis down Wo bist du? Hier Ja, ist doch gut Ich hab mir grad ein Erste-Hilfe-Kit rein Okay Wir müssen mal ein paar Raketen auf das Haus Oder muss man das mit einer Mine sprengen? Das sprengt man normalerweise mit einer Mine Sieht vorm Schöner aus Wir achten auch besonders auf die Ästhetik Dann wird jetzt eine Mine gemacht Nein, ich hab' keine mehr Ich würd' sagen, wir schnappen uns die Lagerhäuser hier eins nach dem anderen Check Alles klar Wir fangen jetzt, äh, dort an Genau Das erste Schöne aber zu zu sein Ich bin ein bisschen weiter oben auf dem zweiten schädelten Haus Ich überblicke euch ein bisschen Gut, ich geh' gerade rum Auf mich wird's geschossen Ja? Von rechts Von diesen Haus raus Wo wir eben drauf geschossen haben Da oben ist einer in den ersten Stock ich seh'n Den nicht Oh, hier sind zwei Leute drinnen Down Alle in der großen Komm 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 Ich bin tot Geh weg Wir haben sogar ein bisschen Down Das waren drei, Junge Okay Getsch liegt hier Gleicher plus zwei gespottet, ihr habt Danke Andere, tu auf rein Feuer frei, ey Ja, aber so muss es laufen, Junge Ja, einer macht den Lockvogel, die anderen hauen rein Einer verwundet Und wir haben Medics dabei Das läuft, Mädels, das läuft Gut So, der ist clear Also die Flure hier oben sind clear, also ich seh'n nichts mehr In den Fluren zumindest Das kann sein Einen hab ich da gerade rausgeholt Geh' nochmal die einzelnen Räume durch Kann sein, dass die da hinten drinnen sind Das ist sehr gut möglich, ja So Geh' mal zu gehen Hier Down So Geh' richtig bräuchten wir jetzt bloß ein oder zwei noch Ja Dodge Oder gar nicht Erledigt Alles klar, dann gehen wir mal rein und schauen wir mal auf ein paar Oh, hier ist bei mir einer, der hat sich ergeben Sehr schön Hab' ich Was jetzt? Das macht der Squad Leader Ich bin tot Was? Warum? In dem Haus drin, wo du gerade die Tür geöffnet hast, ist einer drin Hab' ihn Alter, sind sie dir mal anhören müssen? Hab' ihn Ja, okay Ja, genau Achso TVP ist hier, rannt irgendwie weg, der schwere Schütze Bin ich gerade festgenommen hab Alles cool Alles klar, kannst wieder Mach's nochmal, ich hab mich bewegt, sorry Ja Aber West, wenn jetzt hier ein FOB hinsitzt Und eine Einsatzzentrale Kannst du dann hier mit den Punkten, jetzt wo ich auch, dann äh Sachen halt bauen Ne, immer noch nicht Ja, wie Wer bist denn du beschädigt, bitte? Jaaah, war das nütz Meine Mama hat gesagt, sie liebt mich Jaaah So, jetzt Jaaah Bei mir hinten sind clear Der große, mal gucken Also, einer hat sich gegeben und einer hat noch auf uns geschossen Genau Geheimdienstinformation Gut möglich Ich Lauf jetzt mal übers offene Feld hier Mit ner SBMG hat auf mich geschossen, natürlich Geheimdienstinformation Ah ne, Navid Oh ja, ne mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen Will ich nochmal zu den Hangars gehen? Kannste? Nö, kannst du das machen Jaaah Hier war safe aus Die Hangars So Jungs, damit haben wir jetzt die erste Halbinsel Gekliert Ich bin jetzt der zweiten Dingern dabei, aber uh Äh Ja, ist halt safe Ja, safe Eine Insel ist unseres Gibt's mal ein bisschen Lagerfeuer So, ich zieh mich aber jetzt mal raus Ja, toll, wurde getötet, ja? Ja, mit Absicht Ja, mit Absicht Okay Bitte den Spot Auch schön mit euch, Mädels Ich sag jetzt erstmal bis morgen, wa? Joa Oh, tschö Dann hau ich mich nämlich um meine Wanne Ja, ich bin auch raus Und so, mit Hingehauen auf Wiederschauen Aaaaaaah Deo Saluto